Hallo und herzlich willkommen bei The Corridor. Ich habe gar keine Ahnung, was das für ein Game ist. Ich kann nicht mal lesen, was da steht, aber ich denke mal, ja, da wird es schon stimmen, wo ich gerade aufgeschickt habe. Ich habe schon öfter The Corridor bei der anderen gesehen, da habe es mir aber nur wirklich nur am Anfang angeschaut. I woke up in the middle of the night in my apartment. I feel nervous for no reason. Okay, ich habe es nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe auch nicht wirklich irgendwie gesehen, was für Schockmomente es hier gibt. Ich habe also so gesehen, ja, gar keinen Plan. Die Grafik sieht scheußlich aus, aber es geht ja nicht hier um die Grafik. Also konnte es uns wurscht sein? Auf bärisch gesagt, ja, es konnte uns wurscht sein. Es ist mir wurscht, es ist ein Scheiß. Es ist, äh, it's very strange. I don't remember such a long corridor in the hotel. Es ist ein verdammt langer Corridor. Das ist echt nicht normal. Aber das so heißt auch das Spiel, der Corridor. So was ist das hier? Ein schönes Gemälde. Gefällt mir sehr gut. Der Künstler war ein hervorragenderer Künstler. Ähm. Hier gibt es ein Telefon. Hallo? Kann ich telefonieren? Nee. Okay. Okay. Die Musik ist ein bisschen strange. Was? Ein bisschen strange Musik. Nicht, dass ich jetzt wirklich so Angst hätte oder so. Aber es ist so 90er, 80er Style. Hey, da ist schon Wein. Ich will trinken. Und Pillen dabei. Ja, komm. Ich nehme mir das Leben. Oder lieber nicht. Da ist auch nur eine Tür. Also so viel Auswahl hat man hier gar nicht, wo man gehen kann oder so. Man hat nur eine. Boah, leck mich am Arsch. Was war denn das? Ist da der Stuhl umgelogen oder was? Aha. Okay. Also ich habe schon Angst vor der Grafik, habe ich, ja? Das habe ich bei den meisten Games hier, die so aussehen. Du Scheißflieger auf mein Mikrofon, da schleicht die. Drecksau, blöde. Du Scheißfliegen, ey. Okay, da ist wieder so ein Korridor. Und wieder eine Tür am Ende, die beleuchtet ist. Oh, jetzt wird es dunkel. Boah, Alter. Kinder lachen. Ich hasse Kinder lachen. Ich hasse Kinder lachen. Das ist so gruselig, Mann. Okay, ich habe immer noch nicht... Oh, da ist... Ne, das ist Wein. Ich habe gedacht, das ist Blu... What the fuck? Schritte. Wieso Schritte? Ist jemand hier? Wer hat den Wein verschüttet? Verdammte Scheiße. Der ist teuer. Der Wein ist teuer. Ja, Schweine. Oh, wieder? Hallo, es ist doch kein einziges Haus hier so... Gebaut. Das Tisch kaputt. Ja, ich gehe. Ist normal. Ihhh. Yes. Metal. Der gefällt mir. Du, 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 da. Ha, la, 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 la. Was war das? Weißt du das du? Gib zu, das weißt du. Aber sicher sogar. Okay. Boah. Oh, jetzt geht es da runter. Aber ich mag nicht runter. Aber ich muss runter. Es gibt immer nur einen Weg. Das ist ja wie eine Achterbahn da. Öh, Spinnweben oder Sperma? Sieht eher aus wie Sperma. Ich kann mich nicht entscheiden. Der muss aber eine ordentliche Spritzkraft gehabt haben. Er hat alles voll gemacht. Okay. Öh. Aha. Aha. Ja. Gut. Oh, hier wird es immer irgendwie... Öh. Da hängt ja wer. Ja, grüß dich. What the fuck? Bist du nur du für einer? Hallo? Okay. Der hängt hier ja ein bisschen ab. Okay. Jetzt wird hier immer stranger und gruseliger und creepier. Und jetzt... Okay. Jetzt ist es komplett abgefahren. Sind hier... Nee, sei nicht, dass jetzt hier vielleicht eine Spinne mir entgegenkommt oder so. Ich hasse Spinnen. Alter, was ist denn hier los? Ist ja heftiger Shit hier. Okay. Okay. Es hört sich auch mittlerweile wirklich strange an, also... Holy. Kann ich hier rüberspringen? Hallo? Nee, kann ich nicht. Es gibt immer wie immer nur einen einzelnen Weg. Okay. Da runterjumpen. Alles klar. Das ist ja wirklich strange, Leute. Hätte ich mir nicht gedacht. Ja, servus. Wer bist denn du? Hallo? Hallo? Magst du nicht reden mit mir? Nee? Nicht? Okay. Dann gehe ich mal weiter. Passt. Merke ich mir. Jetzt haben das Russen gemacht. Das sieht aus wie Russisch hier, so ein bisschen, ne? Okay. Hier ist noch so einer wie du. Hallo? Hallo? Beweg dich! Nee, die wollen nicht. Okay. Das ist also... Immer noch ziemlich strange hier, aber... Ein bisschen Blut oder Wein? Wein oder Blut? Wir wissen es nicht. Aber ich habe keine Angst hier. Da muss schon ein bisschen mehr her. Hier ist ein Body breathing behind me. Muss ich mich jetzt umdrehen? Ich darf mich nicht umdrehen. Da ist bestimmt irgendwas. Nee, doch nicht. Hä? Doch nicht. Doch nicht. Ich habe gedacht, wenn ich mich umdrehe, dann passiert da irgendwas. Aber da ist nichts passiert. Oh, ich... Da steht fast... Da steht... Es ist wie Slender. Es ist wie Slender. Ja? Dass da irgendein Scheiß steht. Irgendein Kackvie... Hallo? Der chillt hier ein bisschen. Ich kann dich nicht hören. Nee, nee, nee. Versuch's gar nicht. Nee, hör auf zu. Oh, das verfolgt mich. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Fuck. Was ist denn das? Ah! Ah! Hilfe! Was sind das Hände? Was ist das? Ah! Scheiße! 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 Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Oh, jetzt bin ich lieber in den Kalle da. Holy fuck! Halt's mal, du Scheißkind. Sperre dich in den Keller. Ja! Okay. Oh, that was just a nightmare. I hope. Jetzt sind wir schon wieder da, wo wir aufgestanden sind. Alter. Oh! Ja, das war der Korridor. Das war's. Ja. Halt's up. Das war's. Fertig. Okay. Es war interessant. Nicht wirklich schockig, aber interessant. Um mich zu schocken, braucht man halt ein bisschen mehr. Ich bin ja auch ein harter Kerl. Schaut mich an, oder? Okay, Leute. Dann sehen wir uns wieder bei irgendeinem anderen Horrorgame. Ihr könnt mir auch gerne vorschlagen, was ich machen soll. Bei Projektvorschlägen oder in den Comments. Und dann mache ich das auch. Haut rein. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.